hier hat gab freunde und herzlich willkommen zur vierten folge von gta story sagen es ist wieder extrem laut wir sind bei meike gespawnt wir haben die jetzt haben wir so auf jeden fall hat mir letztes mal lester angerufen deswegen wird einfach mal behaupten wir fahren jetzt direkt nach lester und fangen an sind zweieinhalb millionen also der auftreiben freunde also ab leist euch mal die sms durch ihr geschläger halten lesner herr junge jungen so sind wir angekommen bei unserem guten homeboy lester lmester jungen Ich habe nicht ein guter Freund für dich, Lester. Ich weiß das. Und du wirst es mit mir machen, indem ich alles, was ich bitte. Oder eher, ich meine... Ich brauche etwas zu tun, du musst etwas wissen, damit wir uns nicht helfen. Ich muss ein bisschen Dough machen. Also, du bist wieder in den Spiel? Ich glaube. Hey, Lester, über was vorhin passiert. Ich weiß, dass du nie mein Name erwähnt hast. Ich weiß, ich nicht auf irgendwelchen Lichten. Ich weiß, dass du nie mich nie vertraust hast. Als für dich, du musst dich herausfinden, dass ich nie jemandem gesagt habe. Dass stattdessen, in Nord-Yankton, dass du in Los Santos angrieren, in Los Santos, mit einem Schrank, und eine Frau, die nicht mehr liebte. Ja. Ja. Wenn du es so gesagt hast... Ich habe ein I-Find-Alert. Das kleine College-Boy-Sack-a-Shit-Fhoney-Fuck! Wer? Jay Norris? Der Mann ist ein blögel. Ich habe seine e-Find-E-Find-E-Find-E-Find-E-Find-E-Find-E-Find-E-Find-E-Find-E-Find. Ich habe ihn gesagt, dass er erlöserte Amerika. Was? Durch die Ausführung der ganzen Arbeitspläne? Durch die kleinen kleine Schlags-Achss-Find-E-Find-E-Find-Find-E-Find-E-Find-E-Find? Jetzt ist es Zeit, du blögel Blögel. Was hast du da? Du bist bereit, diese grünen Schlauchte, die du immer liebte von. Hier. Take this, uh, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Aspergers. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism and, brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing. Soon. I'll find something. Just like the old days. It reminds me so much of the Melkin inside. Now we have to go to the Hipster-Lad. And let's see how we're going to suit ourselves. in our awesome Audi. So, let's see. We'll see you soon. 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 A little bit like a hipster, right? I know. I really know. I really know. I know. Excuse me. I got this interview with this tech company. I'm thinking I need something I don't know. Geeky. Youthful. You lost your job and the world has moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old. Got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you got to fit in with a different generation, huh? What about a vest and some cargo shorts? Oh my God. 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 What about a vest and all of the weapons are done? Oh my God. 3, 2, 1, Boom. Ach, du Scheiße. Ähm, ja. Ja. Mehr, ja, mehr brauchen wir nicht sagen. Ja. Boah, ist das nicht diese eine kranke Mission mit dem Kopf? Ja, ich glaube schon. Okay. Doch, mir sagt jetzt was, Freunde. Mir sagt jetzt was langsam. So manche Mission klingeln wieder. Ach, PM ist für mehr Funktionalität. Aber wir sind max. Ich meine, wenn es nicht, wir müssen die Featuren streiten. Especially wenn wir ein Veranstaltungsverlässer ein Jahr später machen wollen. Oh, mein. Ja, du hast es... Ja, du hast es, du hast es, du hast es, du hast es. Ich meine, wir sprechen Beta in Q4, vielleicht Q3. Schau, Milestones sind eine Sache. Aber wenn der Design verändert seinen Geist, semmendlich über Nacht, nicht viel du kannst damit machen. Du hast es, was ich sagen? Was hat er uns denn zu verheimlichen? Der Programmierer. Das ist ein richtiger Nerdy, ne? Oh Gott, diese Schleppne. Oh Gott, diese Schleppne. Oh, um, ich nehme eine normalen Schlepp. Ich habe eine schreckliche Beine. Hier geht's. Wenn ihr euch mal benutzen den OS, das wäre kein Problem. YouTube, das ist nur... Es ist nur... Es ist nur ein Spiel. Es ist eine Mission. Bitte nicht... Ab 18 stellen, beziehungsweise nicht sperren. Maaann. Jetzt. Jetzt, hör... Programmierer, die so dumm sind. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Und das sollte es. Wollt ihr versuchen, Dinge zuerst sicher für Arbeit zu halten? Hey, have you seen the prototype in the Demo-Room? When Norris announces it at the keynote? Mons are gonna blame. Yes, they are. Was stimmt mit ihm nicht? Ähm... Looking at you two, I think it's safe to say, this nation is fucked. Isn't it? Hehehehe. Send me the file. Jay thinks being a quirky douche is the creativity. Wie einfach man da so rein spazieren kann, ne? Oh, nice. Nee, schüttt. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Bye now. Mhm, mhm. Mhm. Schüttt und ihm nicht. Spielen die Paper-Thos, oder? Pfff. 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 Spielen die� Kerryn Staretz. Was stimmt mit dir nicht? Du wirst niemals eine Freundin kriegen Mit deinem dünnen Bein und dein komisches Style und deinem cringigen Verhalten Josje. 되 a guy! Want to go! your gonna feel good about the footbag if you want to get a job here. Yeah, follow me. Okay. Wollen wir jetzt nicht runter? Stoppere. Was ist denn mit denen los? Was stimmt denn mit denen nicht? Boah, wie schlimm. Oh, wow. Beruhig dich, beruhig dich. Danke. Okay, dann Schauen wir uns mal die Eröffnung an, ne? Hey, Michael, hold on, hold on. Dumm, da dumm'd ya! Lester, the things in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, yeah, sorry, the phone is rigged. What's your problem, you don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me, I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood into 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life and a two hour plot, in which the hero looks good and defeats evil. Eh, whatever you say, enjoy yesterday's. Anyway, just call the device after he's unveiled it and then we'll talk. Oh my god, you guys are so lame. No, I'm watching Famer shame. The fucking dance, no! No! You're a female bomb. You guys are going to the farmer. Mimes on fire. Woo! What a talent. I have never seen this. Ladies and gentlemen. Please welcome Mr. Jane Horace to the stage. Es ist so nett. Hey, diese Firma hat lange hervorragend, seitdem wir das in meine Eltern zu Hause, in East Caroling, heute, du wirst du eine neue Phase sehen. Full-on, Weapons-Grade, Red Alert, Welt-Domination! we have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process we have one of the youngest workforces in the world an average age of only 14.4 years that's not just impressive it's revolutionary today right here we are about to make the next step prepare to witness the future the life invader mobile device yes we've invented something no one else has ever gotten a real future the future is the andocker ja gut ich würde mal sagen dem geht es nicht mehr gut ich glaube der hat etwas kopfschmerzen ich denke mal mit hähne maybe aber wir haben es geschafft die frage wir werden es auf jeden fall umziehen und nächste mission machen vielleicht können wir auf jeden Fall Okay, dann werden wir es mal umziehen, dann werden wir mal zu Leicester fahren und werden mal schauen, gucken, was uns zu erwarten hat und probieren jetzt mal, dass er uns abfährt. Bis gleich. Ich werde aber eben mal kurz ein Auto reparieren und dann gehe mal die Frau aus der Scheiße ziehen. Freunde, ich war gerade so, ich wollte anfangen zu tunen und wieso ich war voll dabei, auf einmal kam der Mission ab, fehlgeschlagen, die wurde verhaftet, ich habe gar nicht darauf gedacht, dass so eine Zeit ist, ach du Scheiße, ja egal, dann haben wir die jetzt. So. Oh tschüss. Uh. Ja, jetzt bereug dich. Ist doch gar kein Problem. Hi. Du. Mongo. Mongo. Jetzt. Warum? Warum sieht der uns? Ach, Quatsch, scheiß gut. Wir stehen jetzt hier, ducken wir uns, ah, das ist entspannt, Freunde. Ja, bitteschön. Geht doch. Okay, also jetzt fahren wir uns zu Leicester. So Leute, da sind wir ankommen bei MC Leicester. Am Autodeutsch auch ein bisschen was verändert. Neue Auspuff und so. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld zum Tune. Mike, I said look nice, can you put a suit on? Ach. Geil. Ach. Geil. Na ja, gut. Nochmal umziehen. Lass. Geil. So Leute, dann machen wir jetzt doch nochmal, äh, Mike Mission nicht Läster. Weil wir, wir mussten uns ja umziehen, habt ihr gesehen, aber jetzt ist hier eine Mission. Daumen von mal! What are you doing? I used to love you, Tempie. How bad you point that thing at me? Stop with the emotions, you don't love me. Papi's leines Mädchen! You love you, you love me from the present. You love me, me. Dude, do you even have a penis? Are you one of those hernapracudes born without genitals? Tricks on her sleeves? Ah, I'm insane. I'm just a nightclub singer with a broken heart. I still love you, Tell me. Nein. Das ist ein secret, wenn du an in der Handleuan. Was? Ouh. Ouh. Oh. Ouh. Oh. Ouh. Oh. 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 Du sprichst nicht mit mir so. Ich kann nicht glauben, dass du... Ich bin richtig über dich. Du wirst nicht besser wissen und du kannst es nicht helfen. Was ist denn das? Besonders, dass du da nur standst. Warum hast du mich nicht gefangen? Wolltest du das, was du möchtest? Gefangen von deinem Sonnen? Ja! Nein! Ich... ...wollte dich etwas machen. Besonders... ...sitze da... ...eitze! Ja, großartig. Danke für die Überlegung, Dad. Das bedeutet viel. Warte... So ein dicker Fernseher. Ich versuche nur, dir zu helfen. Ja... Nun, nichts sagt, dass ich dich liebe, als ich meine fucking TV schraube. Nichts überhaupt! Entschuldigung. Ich wünsche mir nur, dass wir zusammen Dinge tun können. Ja, was Dinge? Ich weiß nicht. Äh... Geh auf Gehen. Spielball. Du weißt, dass ich schlechte Gläser habe. Ja... Ja... Bike-Ride, dann. Bike-Ride. Du willst zu gehen auf einen fucking Bike-Ride? Ja... Ja... Lass uns auf einen fucking Bike-Ride! ... Ach... Fuck me. Haha... Der hat aber auch einen dunklen Fernseherstirhende dicke Anlage. Ja komm, dann gehen wir jetzt noch Fahrrad fahren. Oh, Entschuldigung. Ich war echt durch Handbremse zieht. Komm, abfahrt. Wenn irgendwas falsch geht, dann kannst du einfach deine Todes und anfangen. Wie haben meine Eltern entwickelt meine eigenen Moral-Sensibilitäten, wenn deine so sehr unglaublich gefördert sind? Help, mich zu verabschieden. Nein! Geräusche? Einige Leute, die in den Händen zu verabschieden, die in den Händen zu verabschieden. Sie hielten in der Händen und schüttelten. Sie waren nur in deinem Geburt, mit Verabschiedung. Wenn es nichts anderes als was, was du mir sagst, dann ist das auf dich. Okay. They fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm going to let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy. Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I can't admit all those things one time or another, right? It's just, what? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation has left us. If you're the good guy. Yeah. Anyway. I always knew you were the kind of person who... Watch it! You're driving like a psychopath, Michael! Do you realize that? Or are you so high in your own-out-motions sense of masculinity? But you think this is normal? Here we are. The bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of life. I always wanted to ask you, Dennis, do you drink in your GTA-Aufnahmen? Hey! Hey! Uh, stop. Hey! It's because of two bikes! Take your pick. Oh! Oh shit! Oh! Noch einmal und du kriegst noch einen durchgezogen. Einen Dutz? Komm, wir sind nicht im Rundenbike. Wer will ein Rennen? Was ist er denn? Wir sind bei dem Tempo, da der am Tag liegt. Hört schon mit der Drohne an. Also Freund, ich will einfach mal sagen, es ist ein easy Rennen, wa? Der kommt ja gar nicht in der arme Junge. Kann sich ein Weedie machen? Ah, leider nicht. Oh, verfahren. Warte denn! Mach Platz hier! Oh, nein! Ja! Jetzt mach doch! Ja, mach Platz! Man kann irgendwie springen, ne? Genau! Oh, der kommt! Der wird immer schneller! Ich glaub, ich hab ihn unterschätzt! Ich wollte grad ein bisschen rumflexen mit dem Fahrer. Also wieder so ein bisschen rumskillen. Hier, weg mit deiner Gitarre! Ah, jetzt haben wir mal ein bisschen Wunder. So. Olle! Man nennt ihn auch Moji! Den allerächsten! So. Oh, nein! Oh, nein! So! Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl, drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Shit! Oh, God! Well, they... That was right, that one was catching some pain. The anyway, that one was a future for you. So we ll do, that one is just a future bitch. That one is like a staring guy so wicked, so that one a more. If someone usage doesn't want to do any group then you have no harder If one eyes, another Hmmm... Aber wenn man taucht, ist man nun mal schneller. Ich habe mir noch nie wirklich so die unter Wasser mit angucken auf der Playstation 5. Ich kenne noch von der Playstation 3 oder der Xbox 360. So. Was geht denn hier ab? Ja. Sehr gut. Ohrenweckende Musik. Sehr gut. Hey, hey, cool, man. Wo? Olle. Ohoho. Come on. Dad, you dumbass, these guys are serious. Yeah, so am I. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Apfel. Ach, was jetzt ab, wenn ich schnauze. Oh, shit, they're coming after us. Go into the outlet. All right, all right. Ja, ja, ich fahr zu können. Ich nehme mit dem Ausland. Jetzt. Boah, das Ding hat eine Störung. Wie ein... Yarrack. Oh my god, shit. They're shooting at us. Now my dad's shooting at you. Get the epic message. Boah, ich schieße schon auf ihn drauf. Denkste, er geht mal drauf. Oh, oh, oh. Der eb... Jetzt. Ja, hab ich. Man, 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 ey. Pass mal auf. Auf jetzt wieder. Oh, nee. Ey, wir haben wirklich nicht richtig kacke gehebt. Oh, nee. Ey, wir haben wirklich nicht richtig kacke gehebt. Richtig. Hm. Stopp. Oh, hier geht's raus, ne? Ich kenne die Strecke halt nicht mehr, ne? Ja, ich kenne die Strecke halt nicht mehr, ne? Ja, ich kenne die Strecke halt nicht mehr, ne? Ja, ich kenne die Strecke halt nicht mehr, ne? Einmal aus Rom fahren. Ach geil. Anstatt ich einfach zurückfahren. Ich kenne die Strecke halt nicht mehr. Es ist gar nicht mehr so ein Fuss, von dem du hier bist. Oh, nein. Nachher hab ich meinen Tag geworfen, schaust mich mit meinem Freund, sie kappiert und ich bin der Fuss? Sie haben das gemacht. Und wir wären nicht in dieser Fuss, wenn du nie zumal mit einer kreisend kleinen Journalisten, Es ist auf Blu! Oh, du wusste nicht, dass ich Blu bis ich gesagt habe, dass ich Blu also das sollte sein, wie ein Verrückte und Honesty sein. Und Pornal-Dudes sind die besten Leute, die ich mit sein kann! Pornal-Dudes? Wirklich? Es ist nicht, dass sie uns richtig respektieren, es ist Los Santos, Vater. Was erwartet, wenn er hier kommt? Enough! Diese Gespräche ist... Es ist vorbei! Keep hiding your head in the clouds! The fifties are over! Even the eighties are over! See, that's the problem. Cause they're not over in my head! I see that traitor! Jimmy! Jimmy! You! You fucking asshole! Listen, he's the fucking asshole, okay? He smashed my TV, and he took me to the beach. The beach, with my skin. So what, you send him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you, I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like you get sometimes, and he just went. I'm getting a cap. I'm coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Und dann will ich einfach sagen Freunde? Er geht ihm mit seinem Gitarre hart auf die Nerven. Ist der das? Ne? Wo ist der? Bevor die Folge beenden. Da oben ist der. Rausgespielt. So. Und dann würde ich euch auf jeden Fall sagen, das war es für die heutige Folge von GTA. Wenn es euch freut, dann lasst mir gerne einen Like da. Lasst mir sehr gerne ein Abo da. Teilt es mit eurem Freunden. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut da rein. Bis morgen. Ciao.